Check, Check 39 jawohl, kurz gucken, gestern habe ich ein bisschen gehuntet den Check, den habe ich ein bisschen gehuntet, aber so wirklich weit kam ich dann nicht, ich habe es irgendwie nicht irgendwann nicht mehr geschafft, das war nämlich Sakura bei NSC Paul Ma, Top 3, also hat sich noch mal einiges getan, schade, neuer Track, S02 Ring V7, let's go, Autorenzeit direkt ran, ab geht's, ja wir starten direkt mit der Autorenmedaille und zu der Zeit den Weltrekord, hier bei dem Schwung bin ich mir nicht sicher, ob man releasen muss um weniger Airtime, ja keine Ahnung, ihr wisst ja was ich meine, das ist hier Fullspeed, das Engine Off ist Fullspeed, dann die nächste Kurve müsste eigentlich auch Fullspeed sein, bin ich glaube ich gefahren, dann wieder das gleiche Thema, muss man da releasen oder nicht, bin mir nicht sicher, und dann die letzte Kurve, Inside fahren und auch Fullspeed denke ich, aber bin noch einmal vom Gas gegangen sogar, aber das sollte locker reichen, jawohl, 33,99, einer hat gerade geschrieben, jetzt sehe ich es schon wieder nicht, Moment, 34,427 anscheinend, ok, Track gefällt mir sehr gut, sehe aber da nicht sehr viel mehr Potenzial für mich jetzt persönlich, dass ich mich da großartig verbessere, das ist halt immer das Schwierige, also ich glaube nicht mehr, dass das so viel geht, also das kann ich noch brechen, aber dann irgendwann, ja, trotzdem guter Track, ähm, hat Spaß gemacht, oder macht Spaß, wenn man ein bisschen handelt vielleicht noch, ja, 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 ja.